Es ist Zeit für eine Mittagspause in einer hübschen Bucht einer der zahllosen Inseln. Vor dem Essen noch eine kleine Abkühlung. Captain Russell erklärt die Schwingtechnik. Es soll ja auch elegant aussehen. In der B-Note kriegen wir dafür aber wohl noch keine Punkte. Matrose Nick macht einen auf dicke Hose und klettert auf 18 Meter Höhe bis in die Top-Segel. Die Kombüsen-Crew zaubert ein leckeres Essen auf den Tisch. Dazu einen leckeren Schluck neuseeländischen Chardonnay und der Tag ist perfekt. Nach anderthalb Stunden weht plötzlich eine steife Brise und die Crew setzt wieder die Segel. Der Turn mit der Artacker Thompson ist für uns wirklich eine der schönsten Touren in Neuseeland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Trans employees sen 그림 mit der Blick be